Die Voreinstellungen sind eine äußerst interessante und äußerst nützliche Funktion, mit der Sie die Antwort und Ableitung des Edge-Motors äußerst detailliert anpassen können. Diese Funktion ist derzeit auf dem Edge-Motor und dem dazugehörigen iVision-Display verfügbar. Sie ist als Firmware-Version ab Version 2.1 erhältlich. Um auf alle möglichen Voreinstellungen zugreifen und verwalten zu können, gehen Sie einfach zur entsprechenden Bildschirmseite. Dort können Sie vier verschiedene Konfigurationen auswählen, die das Verhalten des Motors bestimmen. Das erste der vier Presets heißt Original und repräsentiert die ursprüngliche Konfiguration durch Synergie zwischen Holybike und Hersteller definiert. Das Verhalten des Motors und die Anzahl der Unterstützungsstufen können je nach Fahrradmodell variieren. Dieses Voreinstellung kann nicht vom Benutzer angepasst werden und ist eine Konfiguration, die standardmäßig beim Einschalten der Fahrräder eingefügt wird. Eco ist eine Kartierung mit sofortiger Motorunterstützung und progressiver, sanfter Freisetzung. Verbrauch wird minimiert, um maximale Batterieautonomie zu gewährleisten. Das Fahrrad behält den sanften und fließenden Charakter von Eco, erhöht jedoch die Leistung und Beschleunigung, um anspruchsvollere Strecken zu bewältigen und bietet gleichzeitig Komfort. Power, das ideal für extrem technische Strecken ist, höchste Leistung in den oberen Drehzahlbereichen und Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich verteilt. Es ist normal, dass die Verbrauchswerte im Vergleich zu anderen Kartierungen höher werden können, weil wir hier keine Kompromisse eingehen. Wir wollen nur Macht. Nur in dieser Konfiguration wurde das Überlaufen eingeführt, das Ihnen ermöglicht, auch für einige Zehntelsekunden Unterstützung zu haben, wenn Sie extrem steile Anstiege mit natürlichen Hindernissen wie Stufen oder Wurzeln bewältigen müssen. Aber Vorsicht, denn man muss sich mit dieser Kartierung vertraut machen, da man sich anfangs etwas überrascht fühlen kann, wenn wir die Pedale anhalten und das Fahrrad trotzdem Unterstützung hat. Hier haben die Techniker von Olli eine aktive Sicherheit in diese Konfiguration eingefügt. Was meinen wir damit? Wir möchten darauf hinweisen, dass der Motor sofort den Vortrieb einstellt, sobald wir die Pedale auch nur minimal rückwärts drehen, selbst um wenige Grad. Wenn es Ihnen Schwierigkeiten bereitet, weil das Fahrrad weiterhin stark drückt, können Sie das Problem lösen, indem Sie die Pedale leicht nach hinten drehen. Dadurch stoppt alles sofort.